Wusstet ihr, dass die meisten Menschen viel lieber Videos angucken als Texte lesen? Das verschiebt sich auch immer mehr. Immer mehr Menschen konsumieren mehr Videos und lesen immer weniger. Das ist auch ein Punkt, den du dir zunutze machen solltest. Wenn du wichtige Informationen hast, dann ist es schön, wenn du sie in Texte verfasst. Aber es ist noch viel wichtiger, dass du auch Videos machst. Mittlerweile gewöhnen wir uns alle schon viel mehr an die Kamera. Dennoch ist es wichtig, wenn du wertvolle Inhalte hast, dass du sie auch hochwertig produzierst. Aus meiner Sicht brauchst du kein Technikteam, um ordentliche Videos zum Beispiel für YouTube oder für interne Zwecke zu drehen. Wichtig ist, dass du ein Smartphone hast und einen guten Ton. Viel wichtiger aber ist jedoch, wie du vor der Kamera wirkst, dass du den richtigen Ausschnitt hast, dass du das richtige Licht im Gesicht hast, dass du deutlich sprichst, dass du eine angenehme Stimme hast, dass man dir gut zuhören kann. Und all diese Punkte kannst du in unserem Kurs professionell sprechen vor der Kamera lernen. In 30 Videolektionen bekommst du all die Informationen, die du brauchst, um professionell und sicher vor der Kamera zu sprechen. Wenn du mal den ersten Schritt gegangen bist und die ersten Videos gemacht hast, wirst du sehen, wie viel Mehrwert sie für dich schaffen. Du bist in engeren Kontakt mit deinen Kunden. Du erzählst dein Angebot auf eine persönliche Weise. Du wirkst auch als Persönlichkeit über deine Videos. Das schafft Bindung und das führt nicht nur dazu, dass du viele neue Kunden bekommst, sondern auch dazu, dass du eine intensive Bindung zu deinen Stammkunden halten kannst. Videos zu machen macht wirklich Spaß und sie schaffen großen Mehrwert. Deswegen mach dich ran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Vielen Dank.